So, Moin, Hallo Go! Ich werde versuchen zu spielen abzuholen. Mein nächstes, Let's Play, kann ich so sagen. Spiele heißt Terra und das nennen wir RPG. Ich hoffe das alles klappt und der nächste Tag ist auch schon der Launchgang. So, und Abnahme. Und ja, ich könnte nur das Video heute vom Anfang des Spiels gucken, ich werde mich aufblenden. Die Antworten die wir suchen lassen sich nicht in Büchern finden. Nicht mehr allein, sondern gemeinsam müssen wir uns der bevorstehenden Schlacht zur Rettung unserer Welt stellen. Unsere Reise beginnt auf der Insel der Dämmerung, die sich unerwartet aus dem Meer erhoben. Vor langer Zeit fielen die Titanen Arun und Shara in einen tiefen Schlaf und schufen in ihrem Traum unsere Welt. Eine Welt, in der die Völker sich zusammenschließen sollten, um eine neue Allianz unter Gleichen zu schmieden. Die drohende Welle der Vernichtung zurückzuschlagen und den Feinden zu trotzen, die danach tachten, ihren Traum in einen Albtraum zu verwandeln. Wir kamen als Entdecker auf diese unbekannte Insel, um sie zu erforschen, um zu verstehen. Was wir fanden, waren Tod und Zerstörung. Ihr zählt zu den Besten und Klügsten, die hier nun anlegen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Doch seid gewarnt. Es ist pure Brutalität, die unsere Feinde antreibt. Sie kennen kein Erwarnung. Doch hier, auf der Insel der Dämmerung, werden wir uns wieder erheben. Das Licht wird über die Finsternis triumphieren. Jetzt bin ich nochmal ein Privatfather vor, eh das in der Realität. So gut, ich würde, wenn ich alles erst mal wiederiovrehen. So gut, ich will ein neues Treue. So gut und dann gleiche. So, die beiden können in der Verhandlung wieder ausprobieren. Wenn ihr könntet, besser löst den Server Ah, da sind wir So, was tun wir dann? Ja, gute Frage Wie geht denn? Die Interesse müssen nicht wirklich Die spielen wir im Moment Ähm, ich wollte nur Hör-Elfe holen, aber... Ich weiß nicht, ich gebe Mengen Aber ich will mir einfach das, denn das gefällt mir einfach Kriege eine Lanze oder Scheiß Auf den wir werfen, du zerstöre Ja, Berserker spielen schon, dass das... Ja, geht Zauberer, das wäre interessant Hm Ich gehe es machen, ich gehe es zaubern Bogenschütze Es gibt immer eine Story hier drinnen, aber wenn die Welt lesen, das ist schon kein Problem Könnt ihr mal einen Post dazwischen machen? Mich interessiert nicht, weil ich schon doch schon niemals gelesen habe Ähm, nein Priester will ich auch nicht das Nein, ich will einen Zauberer, das ist gut So, Voreinstellungen, ähm, nein, wollen wir nicht Was? Hm... Warte mal Oh, geht noch viel, mei, oh Ähm... Oh, da geht noch viel Ähm, fangen wir mal bei Extrasen Ahaha Ähm, jaa Geht so Sind deine Mädchen oder Jungen sind? Schon neuer Jungengol Oh man, ich gehe nochmal zurück Ähm, ja Zurück Du hast Frage Was für Okay Gseit aber so komisch erst Geil Äh Äh Gseisch, ähm, gseisch Hm Wieso? Gseit aber dann? Gseit aber noch mal Gseit aber noch mal Gseit aber noch ein Gseit aber noch Gseit aber noch Das Redefinei hat schon... Verzierungen... Vertürmer dann... So... So... Fuck... Er hat schon längst in mir geschlafen... So gesagt darfst... Ich kiff den Leuten an... Was ist das? Oh ja da sind meine Interessen und Lab ist manch immer dabei... Oh... Das... Ja... Das geht interessant... 12... 17... Fung, Knur, Schloss und Lab 17... Kiefer, Blah, Auge... Räuter, Niedriga... Nase, Mund, Ohren... Ja... Geht so... Dienstand für Domearen... Kleidung... Aha... Halt... Was ist das? Äh... Pfff... Joa... Hm... Schick! Schick! Schick, 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 schick... Wann ist das nicht? Was ist das eigentlich schlimm? Äh... Wann ist das nicht schlimm? Oh, FNF geht nicht Hallo Hallo geht FNF Schöne die da dann So, num, das wird wie mein num gehen mein Let's Player num Das ist ein Mensch Erkannt, ich muss es aber klein schreiben Weil es nicht Unheil von all das größeres Es ist schon IV Weil Ich kann teilweise Feier Kann Geht nicht gehören Deswegen muss ich Ähm IV Für Feier Wir haben Reimischen So Und dann Los geht's Ich kann Oder ne mein zweites Schaden Ich erstellen So den du den aus Schwester Wer sei für Hier Und du IV Ehm Ahja Ich steh'n um Server Ich sehe, es gibt natürlich viel mehr Wen die Welt bei mir mitmachen Kein Problem Und ich werd auch ein Guild machen Aber mit dem dort Ähm, natürlich Ja, das für die Welt Die könnt man spielen Auch an der Guild sind So, machen wir später Ahja Ja Kann ich Ja Ich Ja Kann ich Ja Ah, könnte ein Trailer Okay Die Insel der Dämmerung Endlich geht's zur Sache Habt Geduld Diese Insel hat Die erste Expedition Das Leben gekostet Hochmütige Sternen Hier früh Ha Der, der es wagt sich mit mir anzulegen Stirbt hier vielleicht früh Wer ist dabei? Ich bin dabei Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte Die sich aus dem Meer erhob Träume ich davon sie zu sehen Ihr braucht ehrgeizigere Träume Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt Gibt's auch uralte Schätze Der perfekte Ort für mich also Bei den Titanen Diese Insel ist riesig Genug geredet Runter mit euch Und meldet euch zum Dienst Für die Föderation Ich werde noch den Inventar einladen Das ist für mich viel besser Und auch die Größen machen wir dort Und auch noch selber So Voila Den dort werde ich noch fixieren Da schnitt Ah ne Du hast gerade gelegt Fixieren So Perfekt Ich finde das heuer alles durch Aha Interessant So Hier sind die ehrge Question Ich finde natürlich etwas übersprungen Was Natürlich Äh Die könntet auch machen Mich interessiert nicht Das den Tutorial Den Ninja Vorjahr Sprungen Die Wollschlo Nicht Machen Ich werde schlussend noch Ehen an Freundschaft Spielt auch Moment Hier ums Server hinzufügen Ich werde ja nur den Umgesehen Das ist mir egal Äh Hoppala Falschgeschrieben So Hopp Ey Was Schon doch Geschrisch Geschriffen So Ah Ne Geh nicht mehr Also Hoppala Geht bis in sich Oh Wart So Moment Ah Ich musste auflesen Im zweiten Bildschirm So Lass mich da richtig sehen Ah Wartet ja Ich muss so Just Ahja Ich muss hier noch Besummen Sondern Das war ja nicht ein Turn permanent rauf geht Ich hab das auch angestellt So Äh So Wunsch rausgehen Äh Ich werde auch direkt einen Grupp machen Grupp 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 Du Äh Ne Moment Schwindverkehrsbuch Ja Ja Kann ich Kann ich auch schon Lassen Es ist hier noch nicht so neu Am Spielen Spielen schon ein bisschen lang Ich spiele seit April schon Aber ich wollte aber immer für ganz Auffangweisen So Äh Quaste werde ich noch nicht alles lesen Oder vielleicht gut kann ich lesen Ich weiß es nicht Das ist mir einfach zu viel Text Wenn ihr wollt Ich los ein bisschen da Ich kann den Pause machen Und lesen Und Ich will mal heil fahren Und Heil war noch ein Quas Heil war noch der Radar Und Ich hatte noch ein Quas gesehen Die ich noch nicht mehr gesehen Wurste